Hallo, einen wunderschönen guten Abend, guten Tag, guten Morgen, guten Nacht, wie auch immer, nein, Quatsch. Hallo, wer bin ich? Ich bin A-N-J-A, Anja. Und? Die K-N, wartet mal, wartet mal. Die, die, K-A-N-N, ja, die kann ja, ja, das kam mir halt so, ich meine, ich wurde so oft immer gefragt, Anja, kannst du mal, Anja, kannst du dies, kannst du das, kannst du ja, ich kann doch immer, kann ich immer mal was, wenn was gewünscht ist, kann ich immer helfen, manchmal, jawohl. Und ich habe gedacht, ich fang dann jetzt mal, nochmal wieder mit dem Fingeralphabet an, damit ich das auch einprogrammiere in mir. So viel dazu. Also nochmal, ich bin A-N-J-A und K-A-N-N-J-A. Ein bisschen langsam, aber noch geht's. So viel dazu. Das ist aber jetzt weniger mein neuer Trailer. Denn, wenn, dann möchte ich was im Frühling machen und schöne Bilder euch zeigen. So, ich meine, dieses eine mit dem Wasser und so, das finde ich ja auch ganz toll schon. Erstens und zweitens wird es hier demnächst auch was über M-A-S-S-E-R-Wasser geben. Jawohl, ich trainiere mich mit allem Wasser, was da was gut ist. Ja, denn, ähm, mein Ziel ist es in Zukunft Wasserfilter zu verkaufen. Hm, ja. Und dazu möchte ich auch noch sagen, ich beschäftige mich jetzt mit ätherischen Ölen. Und diese ätherischen Öle werden in mein Badewasser gehen. Nein, ich habe schon in einigen, also ich meine, ich habe in zwei ätherischen Ölen schon gebadet. Was natürlich auch sehr schön ist. Aber ich bin dabei, mich noch etwas mehr zu informieren für mich und vielleicht auch für dich, wenn es dich interessiert. Ähm, und diese ätherische Öle, mit denen ich dann arbeite, kann man auch dann über mich erwerben. Besser gesagt, über die Plattform, wo ich sie selber erwerbe und euch dann mit ein paar Informationen bestücke. Ja, ich freue mich schon. Ich meine, bis es dahin gekommen ist, wird es noch ein bisschen Zeit werden. Denn ich habe mich vor, das Ganze auch mit Gebärden euch dann, ja, zu informieren. Also diese ganzen ätherischen Öle auch, ähm, mit Gebärdensprache weiterzugeben. So in der Art. Das ist halt mein Wunsch. Und, ähm, daran Applaus. Ich bin dabei. Ich bin fleißig. Und so lange übe ich dann halt A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. So lange übe ich das Fingeralphabet. Und habe auch schon ein bisschen, ich meine, Handgelenk hatte ich gestern so, weil ich immer, na, 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 na. Ich habe halt ein Lied mitgesungen. Also ich meine, versuche schon mal ein bisschen zu gebärden. Und kam immer so, na, also erst mal, na, 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 na. Das war halt so, na. Also erst, na, 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 na. Das muss man erst mal üben, ne? Also ich meine, das ist schon eine Herausforderung. Eine kleine, aber es ist, also ich meine, es macht mir Spaß und es macht mir auch Freude, das zu machen. Und wir können jetzt also jetzt mit den, na, 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 so zu sagen. Und, ähm, ja. Ja, wünsche euch eine schöne Zeit und Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal alles Gute. Ach ja, lasst es euch nur gut gehen. Und, ähm, ja, lasst es euch nur gut gehen. Und, ähm, ja, lasst es euch nur gut gehen.